ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen informationsvideo zu dual universe und heute soll es sowohl um neuigkeiten und entwicklungen der alpha 2 version von dual universe gehen als auch um eine sneak preview und einige informationen die mir vorliegen zur kommenden alpha 3 version und auch über die alpha 3 version hinaus entschuldigt ich sehe es gerade ich habe ein bisschen geschlappert auf meinem shirt aber das soll uns mal nicht weiter stören wenn ihr dieses video gerade sehen sollte im rahmen der youtube video premiere dann beteiligt euch doch sehr gerne live im chat ihr könnt mir aber auch im nachhinein sehr gerne in die kommentare schreiben und ich werde versuchen auf jeden kommentar einzugehen und antworten zu möglichen fragen dann auch zu geben das hat die letzten videos schon sehr sehr gut funktioniert dafür möchte ich mich ganz recht herzlich bei euch bedanken auch für die rege beteiligung von einzelpersonen aber auch von organisationen die sich bereits in dual universe zusammen gerottet haben vielen vielen dank wie gesagt und gerne weiter so ich habe ja bereits eine erklägliche anzahl an dual universe videos produziert andere seite nein so rum so rum da werde ich euch mal die playlist zu den dual universe videos verlinken dass ihr euch die gerne noch mal anschauen könnt wenn ihr möchtet und vor kurzem hat der erste dual universe live stream stattgefunden mit einer länge von über sechs stunden wenn ich es gerade richtig im kopf habe wo wir ausführlich über das thema dual universe gesprochen und diskutiert haben das war auch eine ganz tolle geschichte wo sich sehr viele daran beteiligt haben und da bekommt ihr noch mal ja wenn man das nicht zusammen ich hätte beinahe gesagt eine kurze zusammenfassung mit über sechs stunden aber auf jeden fall bekommt ihr dort eine zusammenfassung aller informationen die ich seit der pre alpha zusammengetragen habe auch das werde ich euch hier oben in der infobox noch mal verlinken damit ihr euch das anschauen könnt ja und ich will euch gar nicht so viel nur zu quatschen im wahrsten sinne des wortes sondern euch natürlich auch mal ein bisschen was zeigen aktuell gibt es ein developers diary aus september 2019 da sind viele sachen gezeigt wurden informationen gegeben wurden die ihr bei mir schon in info videos bewundern konntet aber es gibt auch ein paar informationen zum aktuellen entwicklungsstand und da wollen wir jetzt mal gemeinsam reinschauen in das dev diary von nova quark september 2019 wie man dem titel hier im video unschwer erkennen kann gut die industrie die in der alpha 2 eingebaut worden ist soweit alles bekannt man hat da noch ein bisschen an den mechaniken gefeilt das thema virtueller projektor beziehungsweise bauassistent da ist man nun mal ein bisschen konkreter geworden und hat klar gemacht dass man diese objekte hier in blaupausen auch speichern kann und weitergeben kann an mitspieler und möglicherweise sogar über den marketplace dann handeln und verkaufen kann also man legt dann eine dementsprechende blaupause oder dementsprechende vorlage ihr seht ja gerade wie der name vergeben und das abgespeichert wird die kann man sich dann in den projektor laden und dann dort dementsprechend weiter daran arbeiten oder ja weiter daran arbeiten oder aber auch das objekt seiner begierde dann auch bauen eine ganz schicke und sehr hilfreiche geschichte insbesondere an sich der komplexität die einige gebäude haben denn hat man ganz aktuell daran gearbeitet die steuerung von fahrzeugen zu verbessern also dass man ein feineres steuergefühl hat als es nicht mehr so grob ist wie das in der vergangenheit der fall gewesen ist und um das zu erreichen hat man auch an spielmechaniken wie zum beispiel steuerdüsen und den stabilisatoren gearbeitet um wie gesagt hier die steuerungsmöglichkeiten das fluggefühl zu verbessern oder auch manöver durchzuführen die in der präzision vorher nicht möglich gewesen sind auf jeden fall ein positiver fortschritt im spiel dann das thema audio improvements da gibt es ja das environmental sound system da habe ich auch schon ausführlich darüber berichtet und auch dass da laufend daran gearbeitet wird hier sieht man zum beispiel man hört es nur nicht dass sich die geräuschkulisse unterscheidet je nachdem ob man draußen ob man im freien ist ob man im gebäude ist ob man in einer höhle ist ich hätte beinahe gesagt ob man im weltraum ist aber da hört man ja bekanntermaßen nichts zumindest soweit ich weiß oder in raumschiffen dass unterschiedliche materialien oberflächen sich auch unterschiedlich anhören sowie im echten leben natürlich das ganze work in progress und wird eben laufend weiter ausgebaut so weit so gut schön zu sehen dass hier auch die bereits eingebauten komponenten noch weiterhin verbessert werden ja ansonsten gibt es auch ganz vor kurzem erst veröffentlicht einen podcast auf youtube wo die entwickler mal wieder zu wort kommen einiges dazu erzählt haben was momentan entwickelt wird aber darüber hinaus auch einen ausblick gegeben haben auf die hoffentlich demnächst erscheinende alpha 3 version von dual universe da wird uns ja auch einiges erwarten und man hat sogar noch einen ausblick darüber gegeben über dinge die entwickelt werden die uns dann erst im jahr 2020 mit dem start der beta version erwarten werden und da werde ich euch gleich mal ein bisschen was dazu erzählen bevor ich damit allerdings anfange in ungeordneter reihenfolge nehme ich mir eine kritik zu herzen die mich bereits mehrfach erreicht hat nämlich dass ich hier viel erzähle aber wenig aus dem gameplay zeigen würde ja das hängt ein bisschen damit zusammen dass es ja zumindest bis inklusive der alpha 3 ab der beta hoffen sie ab der beta version hoffentlich nicht mehr eine sogenannte schweige vereinbarung gibt die es verbietet zumindest sobald man das spiel erworben hat selbst aufgenommene szenen aus dem spiel zu zeigen zu kommentieren und man darf sogar noch nicht mal seine eigene meinung öffentlich kundtun das ist nur erlaubt in speziellen gruppen in die nur leute zugang haben die selber diese schweige vereinbarung auch unterschrieben haben gut ich habe mir diese kritik wie gesagt zu herzen genommen und deswegen lasse ich hier mal ein bisschen gameplay nebenbei laufen während ich euch die weiteren infos gebe ja die entwickler haben einiges vor wie gesagt sowohl die verbesserung von komponenten aus der alpha 2 version als auch dass sie bereits an der entwicklung neuer dinge sind für die kommende version und worum geht es denn da da zeige ich euch noch mal ganz kurz die roadmap damit ihr einen überblick gewinnt was uns denn eigentlich demnächst erwartet momentan stehen wir ja in der alpha 2 dual evolution wo es darum geht ein industrieller werden zu können wo es um märkte geht und wo es um den charakter fortschritt geht da ist ein umfangreiches ein umfangreicher fähigkeiten baum implementiert worden in dual universe der selbstverständlich in zukunft auch noch weiter entwickelt wird und was uns in der zweiten jahreshefte 2019 erwartet in der alpha 3 ist die erweiterung oder des der meilenstein alliance scattert und da wird es hauptsächlich um den pvp kampf gehen darüber wurde ausführlich berichtet über das thema schiffskampf wurde so ein bisschen am rande berichtet und soziale features da wird es also erstmals naja erstmals möglich also es wird auf jeden fall möglichkeiten und optionen geben besser mit anderen spielern zu interagieren bis es dann in der beta version tatsächlich mit empires expand und player nations dann möglich sein wird größere gemeinschaften zu bilden und zu verwalten ja und das war ein thema über das ausführlich im aktuellen podcast berichtet worden ist nämlich über das zusammenspiel was dann in der beta version allerdings möglich sein wird wie gesagt ich werde jetzt nicht immer erwähnen was aus der alpha 2 aus der alpha 3 und aus der beta version ist einfach weil ich dann viel zu viel die themen zwischendurch unterbrechen müsste wenn ihr da aber fragen habt was da wo dazugehört gerne wie gesagt während der premiere im chat oder danach in den kommentaren herzlich gerne also wie gesagt man hat da ein bisschen durchblicken lassen wie das ganze in zukunft aussehen soll und es soll habt ihr euch sicherlich schon gedacht bei den ambitionen die nova quark hier hat eine sehr komplexe geschichte werden man hat das was da möglich sein wird ein bisschen mit der systematik der europäischen union verglichen kann man sich vielleicht was ein bisschen darunter vorstellen die oberorganisation europäische union die weiteren unterorganisationen was dann vielleicht die allianzen oder die gilden oder wie auch immer man das in zukunft nennen wird mögen darstellen soll man sagte aber im vergleich das ganze wird so weit runter gebrochen dass dann zu den ländern noch die einzelnen bundesländer städte gemeinden ortsteile und da noch weitere untergruppierungen reinkommen da könnte man sich jetzt fragen was soll das ganze eigentlich wofür soll das gut sein ich vergleiche das immer ganz gerne ein bisschen mit star trek online da gibt es ja flotten in denen man sich zusammenfinden kann und als oberorganisation gibt es noch eine armada wo dann die verschiedenen flotten reingegliedert sein können aber hier geht das ganze noch deutlich weiter dass also organisationen mitglieder von oberorganisationen sein können und die können dann zum beispiel sich wieder einer völlig übergeordneten instanz anschließen die dann vielleicht die gesetzgebung macht oder was auch immer oder das rollen und berechtigungskonzept verwalten wird und da wird es möglich sein dass man innerhalb der organisation in dual universe gruppen von spielern zusammenfassen kann zum beispiel dass man sagt ich versuche es mal einfach darzustellen ohne diese ganze grobe ohne diesen überbau der dann auch möglich ist ihr seid zum beispiel in einer organisation und die sagt okay wir haben hier eine gruppe das sind unsere miner also die die sich um die Rohstoffe kümmern dann haben wir unseren hoch und tiefbau die sich um die gebäude kümmern sondern kann man diese leute in diesen gruppen zusammenfassen und kann denen dann rechte geben zum beispiel dass die eine gruppe bestimmte gelände bebauen kann dass die andere gruppe an bestimmten stellen mineralstoffe abbauen kann solche geschichten man kann auch spieler in mehrere gruppen gleichzeitig packen und so dann ja global die rechte so ein bisschen zu verwalten man kann aber auch sagen der spieler ist in irgendeiner gruppe aber er bekommt noch irgendwelche zusätzlichen einzelrechte wie gesagt das soweit dazu eine sehr extrem komplexe geschichte also ich denke da werden am ende keine wünsche offen gelassen sein was das angehen wird ein sehr interessantes thema über das nova quark auch berichtet hat ist das thema einstieg im spiel man kann sich vorstellen aus manchen spielen kennt man das man wird hier von der anzahl an optionen die einem das spiel da bietet erschlagen man weiß nicht wo man anfangen soll ist völlig überfordert und wirft das spiel dann womöglich ja womöglich entnervt in die ecke das möchte nova quark gerne vermeiden neben der tatsache dass die spieler ungefähr in der ersten spielstunde ein bisschen an die hand genommen werden und ihnen die spielmechaniken erklärt werden soll es für die einzelnen segmente die es in dem spiel gibt zum beispiel das mining eigene tutorials geben jetzt gibt es natürlich dadurch dass dieses spiel auf einem kontinuierlich laufenden single chart system läuft das problem dass es keine instanzen gibt viele multiplayer spiele oder auch mmos oder vor allen dingen single player spiele haben ja abgeschlossene instanzierte tutorials wo man zum beispiel das schürfen beigebracht bekommt das bauen beigebracht bekommt und das muss ja hier alles in dieser persistenten spiele umgebung umgesetzt werden wie soll man das zum beispiel beim mining machen man sagt man könnte sagen okay in der nähe der startzone vielleicht gibt es da ja auch mehrere in zukunft man weiß es noch nicht so ganz genau da mache ich jetzt mein mining tutorial das mining tutorial muss ja auch irgendwie für alle gleich sein wenn ich das in einem gebiet mache wo aber alle rankommen dann führe ich vielleicht ein tutorial in einem gebiet durch wo derjenige gar nichts finden kann mehr weil alle mineralien abgebaut worden sind oder was auch immer da ist noch nicht ganz klar wie das dann später im spiel umgesetzt werden soll man sagt zwar an der single chart technologie soll nichts verändert werden aber meiner meinung nach spricht auch überhaupt nichts dagegen wenn man speziell für die tutorials doch wiederum die leute in eigene instanzen geschickt wo sie dann diese tutorials abarbeiten können sie könnten ja dann trotzdem die mineralien die sie da beispielsweise abbauen ins hauptspiel übernehmen und also persönlich sehe ich da überhaupt gar kein problem da dran hier zu sagen wir weichen hier bei den tutorials zugunsten dessen dass die spieler das spiel besser verstehen können einfach mal von der technologie ab wüsste ich nicht was dagegen spricht nova quark sagt momentan noch sie wollen das nicht aber ich wüsste auch keine gute lösung wie man es sonst machen sollte ansonsten müsste man einzelne areale schaffen wo vielleicht nur neue spieler reinkommen bis zu einer gewissen spielzeit oder bis sie die tutorials absolviert haben und trotzdem wird es aber ja so sein dass dann in diesem gebiet mehrere spieler unterwegs sind sich dann das tutorial für den einzelnen spieler doch wieder unterschiedlich gestaltet das kann man natürlich auch positiv sehen muss man aber nicht persönlich bin ich ein großer freund davon dass die tutorials für alle gleich ablaufen man wird sehen wie sich das ganze entwickelt fakt ist dass in der richtung auf jeden fall etwas kommen wird nova quark sagt dazu sie haben ein motto und zwar easy to use but hard to master was so viel bedeutet dass man den spielern in allen mechaniken einen leichten einstieg ermöglichen will dass man die grundzüge versteht dass jeder mit allen systemen arbeiten kann aber dass man dann wiederum um alle nuancen zum beispiel der skript sprachen die dem spiel eingebaut ist um alle nuancen zu verstehen zu meistern und der beste seines fachs möglicherweise zu werden dass man sich dann sehr lange mit der systematik beschäftigen muss das ergibt doch einen sinn wenn man bedenkt da gehe ich zumindest von aus dass die meisten spieler keine allround spezialisten in anführungszeichen sein werden sondern sich auf die bereiche die ihnen spaß machen konzentrieren und sich spezialisieren werden und es dadurch sehr schwierig sein wird in bestimmten spielbereichen bis in die letzten tiefen vorzudringen das hat den vorteil dass die einzelnen berufsklassen auch sinn ergeben dass jemand der sich zum beispiel im bauen nicht so gut auskennt lieber abbaut dass der sich spezialisten suchen kann die das für ihn machen der dann vielleicht bezahlt wird mit mineralstoffen mit ihnen geben währung oder was auch immer da am ende möglich sein wird wenn jeder alles schnell so erlernen könnte dass er rasch alles bauen abbauen finden kann dann wäre er ja nicht mehr darauf angewiesen und dieses spiel würde zu zu einem multiplayer einzelkämpfer spiel mutieren und das kann ja weder im sinne von nova quark als auch im sinne des spiel prinzips oder der spieler sein die sich momentan für dual universe interessieren natürlich würde mich auch eure meinung zu der thematik interessieren wie ihr darüber denkt ja zu diesem thema ja lasst es mich gerne wissen wie gesagt gerne jetzt im chat oder später in den kommentaren oder auch auf anderen plattformen wo ich unterwegs bin ihr findet das alles unter www.jasondux.de da freue ich mich immer sehr gerne über kontakte zur community und ich möchte an der stelle auch nochmal erwähnen dass ausdrücklich in den kommentaren meiner youtube videos werbung für organisationen ausdrücklich erlaubt und erwünscht sind weil ich das gerne fördern möchte dass die gruppierungen sich finden und das gegenseitige miteinander und das miteinander spielen auch gerne fördern möchte da wo es mir irgendwo möglich ist was auch ein großes thema momentan ist sind selbstverständlich die vorbereitungen auf die alpha 2 version ich habe es gerade schon mal kurz gezeigt ich blende es nochmal ein das das hauptthema bei alliance scattered wird der pvp-kampf sein und die entwicklung ist offensichtlich bereits derart weit fortgeschritten dass man nova quark intern bereits die ersten kämpfe ausfechten konnte zur freude der einen gruppe zum leid der anderen zum leid der gruppe die wohl laufend die gefechte verloren hat das kann ich mir gut vorstellen und nova quark sprach davon dass die umsetzung des vollständigen pvp in dual universe sehr 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 komplex sein wird weswegen man sich entschlossen hat zunächst mal kein vollständiges pvp zu implementieren sondern eine art pvp light wo also noch nicht alle aspekte umgesetzt sein werden und das hat einfach den grund dass pvp einen einfluss auf die gesamte spielwelt wird haben können was bedeutet das das bedeutet es gibt nicht nur den einfachen bodenkampf oder den einfachen raumkampf sondern es soll auch so sein dass alle strukturen die ja bekanntermaßen aus komplexen voxel systemen bestehen durch das pvp beeinflussbar sein können sollen was am ende so viel bedeutet wie dass die umwelt sich verändert dass irgendwelche waffeneinschläge dort vielleicht krater verursachen die dann auch da bleiben oder dass im weltraum vielleicht irgendwelche schrott teile durch die gegend fliegen die dann auch dort bleiben die dann bis hin zum kessler syndrom eines planeten führen können man weiß es nicht oder auch das gebäude die nicht in geschützten gebieten liegen möglicherweise beschädigt oder sogar vernichtet werden können und da ist natürlich auch ein ein extremes fingerspitzen gefühl dafür erforderlich also nicht fürs geld zahlen wirklich fingerspitzen gefühl nichts von wegen ein kleines entgelt obwohl naja schutzgeld erpressung durchaus im rahmen des möglichen auch in dual universe nein ich meine insofern das balancing das kann man auch sehen wenn man sich mal das trello board mit den spieler vorschlägen die es gegeben hat und dem was gemacht wird und abgelehnt wird sehen dass dual universe beziehungsweise nova quark hier eindeutig gesagt hat es wird möglich sein sehr mächtige waffen zu bauen aber es wird zum beispiel nicht möglich sein eine waffe zu bauen aller todessternen mit der man dann einen ganzen planeten vernichten kann das wird es also nicht geben was klar ist ist dass pvp bis auf ganz wenige ausnahmen überall im spiel möglich sein wird mit bisher lediglich zwei oder vielleicht auch drei ausnahmen das ist einmal das startgebiet was einige kilometer umfasst das wäre ja auch extrem unfair wenn hier pvp möglich wäre dann gibt es wahrscheinlich eine ganze reihe gäbe es eine ganze reihe an sogenannten spawn campern das sind leute die da wo spieler erscheinen einfach warten um sie zu meucheln und das würde ja ganz vielen anfängern absolut die laune am spiel verderben und sie gleich wieder demotivieren also deswegen muss es natürlich ein sicheres startgebiet geben was es zusätzlich zu dem sicheren startgebiet auf jeden fall auch geben wird sind monde auf denen kein pvp möglich ist aber man wird auf den mond auch nicht alle möglichkeiten haben die einem im weltraum und auf den nicht geschützten planeten zur verfügung stehen ob der mond vielleicht noch einen gewissen raum vor sich her schiebt wo kein pvp möglich ist ist mir derzeit nicht bekannt was ich mir sehr gut vorstellen kann mit den ganzen möglichkeiten diesen dual universe gibt dass es organisationen geben wird die andere spieler beschützen da muss man aber mal abwarten wie sich das im detail entwickeln wird ein kommentator hatte hier zum beispiel mal vorgeschlagen dass das nicht spieler gesteuert funktionieren soll sondern dass nova quark doch vielleicht von anfang an eine art weltraumpolizei fest vorschreiben soll oder die möglichkeit geben soll dass spieler sagen sie kämpfen nicht und dann werden sie auch nicht angegriffen werden es sei denn sie würden das allererste mal selber eine kampfhandlung verüben und dann den schutzstatus verlieren finde ich grundsätzlich nicht schlecht ich finde auch lösungen nicht schlecht wie es die in manchen spielen gibt die sagen okay wenn jemand pvp eröffnen möchte dann schießt er auf jemanden und sagen der nicht zurückschießt gibt es kein pvp allerdings würde das so ein bisschen der systematik von dual universe widersprechen und würde auch dinge verhindern wie kriege zwischen organisationen ich denke das spiel wird auch ein bisschen vom absoluten verlustrisiko leben was der spieler dann hat wenn er sich in die entsprechende gefahr begibt durchaus gibt es ja die möglichkeiten mit territorial units dass spieler sich einen raum schaffen wo sie selber die oberhoheit und das sagen haben und auch bestimmen können welche spieler da rein könnten was sie da machen können ich könnte mir vorstellen dass wenn pvp da nicht unmöglich ist dass es zumindest extrem erschwert wird da könnte ich mir zum beispiel vorstellen dass vielleicht solche units wenigstens dann nicht angegriffen werden können wenn der spieler offline ist oder dass es generell irgendwelche offline regelungen regelungen gibt mit einem timer zum beispiel spieler sind offline werden angegriffen dass sie dann eine benachrichtigung bekommen haben eine gewisse zeit haben darauf reagieren und online zu kommen damit ich nicht weiß ich nicht paar tage oder stunden nicht spiele oder tagsüber arbeiten bin werfe abends den rechner und starte das spiel und stelle fest ich bin vollständig vernichtet worden also solchen dingen muss meiner meinung nach vorgebeugt werden und da ist das balancing extrem wichtig und deswegen finde ich auch gut dass nova quark gesagt hat wir implementieren erstmal ein pvp light was auch immer das pvp light bedeuten mag es bedeutet aber auf jeden fall das pvp nicht vollumfänglich starten wird und dass man dann auf das spieler feedback achten wird und das pvp dann mit den rückmeldungen der spieler zu ende entwickelt wird was übrigens jetzt schon eine tolle eigenschaft ist von nova quark die also ganz arg auf die community hören da gibt es auch einen eigenen discord server wo man sich einklinken kann und wie gesagt kommunikation ein ganz ganz wichtiges thema ich finde das auch ein ganz ganz wichtiges thema deswegen habe ich eigens für dual universe ihr findet die links dazu in der video beschreibung auf youtube zwei telegram channels eingerichtet einen infokanal wo ich hin und wieder infos rein poste und einen kanal wo ihr auch miteinander und mit mir diskutieren können fragen stellen können anmerkungen machen können einfach um hier eine nochmal eine zusätzliche kostenlose möglichkeit zu bieten sich auch auch und vor allem im deutschsprachigen raum dementsprechend auch austauschen zu können meine güte ich habe heute so einen trockenen hals ihr entschuldigt dass ich zwischendurch auch immer mal ein bisschen was trinke also wie gesagt ich habe es vorhin schon erzählt die steuerung an der steuerung ist momentan auch gearbeitet worden also das erstmal um das thema pvp abzuschließen aber ich wollte auch noch irgendwas erzählen zum thema gemeinschaften die sich zusammen schließen können vielleicht komme ich da noch mal drauf den verschiedenen berufsgruppen und zusammenschlüssen das hatte ich ja schon erzählt gut wie gesagt vielleicht kommen wir da noch mal auf das thema zurück ich werde euch übrigens in den infokarten nein auf der seite auf der seite auf der seite auch noch mal die das aktuelle death diary und auch diesen podcast verlinken da könnt euch das selber noch mal anhören leider auf englischer sprache aber es gibt ja auch die möglichkeit von untertiteln und ihr habt ja auch mich deswegen erzähle ich euch ja regelmäßig was es neues gibt was momentan auch ein ganz großes thema ist für nova quark ist die bekämpfung bekämpfung von exploits offensichtlich haben findige spieler schon möglichkeit gefunden die spielmechanik zu betuppen um das mal so auszudrücken und mehr zu tun oder dinge anders zu tun als sie das spiel eigentlich vorsieht und als nova quark das haben möchte das ist aber auch völlig in ordnung weil dafür handelt es sich hier um eine alpha version einfach um diese dinge zu testen und auszumerzen für die die es übrigens noch nicht wussten erwähne ich gerne noch mal dass man jetzt bereits mit dem kleinsten paket was man kaufen kann regelmäßig spielen kann zum zeitpunkt wo dieses video veröffentlicht wird sind die server auch gerade online und für 60 euro ist der ganze spaß zu haben bis inklusive der beta und ist auch noch ein bisschen spielzeit dabei danach wird man dann entweder bezahlen müssen oder man erspielt sich in game sogenannte dac ist das wird auch möglich sein dass man mit einem gewissen aufwand das spiel auch weiter gratis spielen kann also da habt ihr jetzt die möglichkeit einzusteigen und da gab es auch noch eine ganz interessante frage in meinen kommentaren da hat nämlich jemand gefragt wie ist denn das jetzt eigentlich wenn man einsteigt und baut jetzt was und zwischendurch werden ja immer mal wieder die server abgeschaltet und es gibt updates sind denn eigentlich meine ganzen gebäude und fahrzeuge weg grundsätzlich sind die sachen noch da allerdings kann man nicht garantieren dass es zwischendurch oder in der beta oder wann auch immer einen swipe geben wird ich persönlich denke dass es diesen swipe entweder zum start also wenn die beta vorbei ist zum release von dual universe der fall sein wird oder dass man sagt wer jetzt schon lange spielt dessen gebäude und fahrzeuge die ja vielleicht einen monat oder ein paar wochen vorher gebaut hat die bleiben erhalten dass man diesen treuen community mitgliedern die auch schon viel arbeit und feedback in das spiel reingesteckt haben dass man denen vielleicht einen kleinen vorteil gewährt das könnte ich mir schon gut vorstellen garantieren kann das niemand im prinzip können die gebäude und fahrzeuge jederzeit und immer weg sein aber sie sind nicht per se immer weg wenn es ein update gibt oder die server zwischen denen testphasen mal abgeschaltet sein sollen da müsst ihr euch keine grundsätzliche sorgen drum machen aber es kann jederzeit passieren da müsst ihr euch überlegen ob es euch das wert ist oder ihr wartet bis es konkrete informationen dazu gibt ich rechne damit spätestens in der beta beta phase ja wann uns die alpha 3 version erwartet mit dem pvp kampf light und weiteren verbesserten funktionen die bereits in der alpha 2 implementiert worden gesagt wurde ja in der zweiten jahreshälfte 2019 wenn man aber mal sieht wann die alpha 2 veröffentlicht wurde war vorgesehen für die erste jahreshälfte 2019 da war nova quark dann leicht drüber so dass ich persönlich denken würde dass wir zwischen weihnacht und neujahr an die veröffentlichung der alpha 3 version kommen oder vielleicht auch erst im neuen jahr also anfang des jahres 2020 aber ich denke mal kleinere verzögerungen sind hier durchaus zu verschmerzen dann hat nova quark noch ein bisschen was zum thema rezepte gesagt was sind rezepte rezepte sind ja baupläne die dafür sorgen dass man gegenstände fahrzeuge und gebäude nicht immer ganz von neuem aufbauen muss sondern dass man sagen kann okay ich habe jetzt ein rezept das speichere ich mir ab oder ich kaufe mir eins dann sehe ich da drin welche materialien ich brauche organisiere mir die und bumms dann ist es da und da wird auch ganz fleißig daran gearbeitet an diesen rezepten oder auch blaupausen und neben der tatsache dass spieler natürlich jederzeit selber blaupausen produzieren können möchte nova quark basisblaupausen zur verfügung stellen auf denen man dann aufbauen kann diese basisblaupausen die werden nicht handelbar sein und die wird man nicht weitergeben können aber wenn man diese blaupausen weiterentwickelt mit zusätzlichen komponenten und da was umbaut ergänzt wie auch immer dann sind diese weitergebbar und auch weiter ja weitergebbar und auch handelbar über den marktplatz so dass man hier sich auch eine ingame innahmequelle generieren kann wenn man das denn möchte so als eigenen berufszweig sozusagen oder um sich seine intensiver arbeit die man da möglicherweise reingesteckt hat auf diesem weg noch in anführungszeichen vergolden oder vielleicht auch versilbern zu lassen je nachdem und was da kommen wird ich kann mir vorstellen basisgebäude basisfahrzeuge raumschiffe wasserfahrzeuge da kommt ja auch einiges da habe ich auch schon viel in meinen letzten videos dazu erzählt jetzt muss ich mir hier mal meinen schlauen zettel zur hand nehmen weil ich selber meine schrift auf die entfernung hier gar nicht mehr lesen kann ob ich noch irgendwas vergessen habe ich habe mir nämlich noch ein paar sachen aufgeschrieben verbesserung an audio da haben wir drüber gesprochen eine verbesserung an der industrie wird es geben also das was ihr jetzt in der alpha 2 sehen könnt wird auch über alpha 2 hinaus weiterentwickelt das gilt übrigens für alle systeme also alles was jetzt noch drin ist logisch ist natürlich das wesen einer alpha version das hier noch ständig weiter daran entwickelt wird nicht nur an den mechaniken selber also auch an der grafik wird sich noch einiges tun obwohl sie ja jetzt schon fantastisch aussieht es wird sich noch was an der oberfläche tun das spiel wird weitaus anpassbarer noch werden wie gesagt an der skript sprache wird es neuerungen geben die steuerung der fahrzeuge wird laufend verbessert dementsprechend was ihr eben als community nova quark auch für ein feedback gebt und da habt ihr jetzt momentan noch die einmalige und ganz fantastische möglichkeit euch eine entwicklung von dual universe zu beteiligen gut so weit so gut erstmal zu den neuerungen wie gesagt wir können jetzt oder später auch gerne uns noch über themen unterhalten mich würde insbesondere interessieren wenn ihr den letzten live stream gesehen habt oder wenn ihr ihn auch noch nicht gesehen habt schaut ihn euch mal an ob es für euch interessant wäre dass wir noch mal eine gesprächsrunde live veranstalten dann mache ich das sehr gerne vielleicht wenn die nächsten informationen draußen sind dass ich euch ein bisschen ein bisschen was neues erzählen kann wir dann darüber reden kann aber dass wir auch eine frage antwortrunde machen können oder was auch immer oder auch wenn ihr euch ganz spezielle informations videos vorstellen könnt dann lasst mich doch bitte auch gerne wissen was das sein kann und ansonsten bitte gerne daumen hoch unter dieses video gar keine frage da freue ich mich immer besonders drüber aber daumen runter geht auch wenn es euch nicht gefallen sollte ich muss ja wissen woran ich bin und möchte euch gerne hier die passenden informationen im passenden format präsentieren und lasst mir doch gerne auch ein abo da und wenn ihr mir ein abo da lasst dann klingelt auf jeden fall schon wieder die falsche seite ist weil ich hier spiegelverkehrt die kamera habe auf jeden fall auch das abo glöckchen das ist wichtig damit ihr auch zeitnah informationen bekommt wenn ich ein neues video veröffentliche eine video premiere kommt ein live stream plane oder was auch immer damit ihr da nichts verpasst ihr verpasst auch nichts wenn ihr in die telegram gruppe kommt weil da die entsprechenden informationen auch immer so zeitig wie möglich reingepostet werden dann bedanke ich mich recht herzlich für eure aufmerksamkeit schön dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten mal auf wiedersehen